Musik Im Grunde war dieser Mann ein Monster, eine Art Wolf im Schafspilz. Robby ist ein Schwindler. Er bringt die Leute dazu, ihm einfach alles zu glauben. Er sagt, ich habe einen Friedhof da draußen. Ich habe 28 Menschen getötet. Er war einer der kaltblütigsten, gefühllosesten und brutalsten Mörder, die ich je gesehen habe. Musik 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 Dies war der Arbeitsplatz von Robert Silvera. Hier fuhr er auf Güterzügen quer durch ganz Amerika. Er teilte die Waggons mit ahnungslosen Landstreichern, genannt Hobos, und abenteuerlustigen Jugendlichen. Sie nannten ihn den Boxcar-Killer. Leichen pflasterten seinen Weg von Küste zu Küste. William Pettit Jr., ein Herumtreiber, wurde am 3. Dezember 1995 tot aufgefunden. Ein Schienenarbeiter entdeckte seine Leiche in einer kleinen Stadt in der Nähe von Salem in Oregon. Er hatte massive Kopfverletzungen, die schließlich zu seinem Tod führten. Nach Aussage der Eisenbahngesellschaft werden jährlich mehr als 500 Leichen entlang des Schienennetzes des Landes gefunden. Wir dachten zuerst, dass es einer dieser unlösbaren Einzelfälle ist. Ein Toter in einem Waggon. Die Chancen, so etwas aufzuklären, sind äußerst gering, wenn man sich die Aufklärungsrate vergleichbarer Fälle vor Augen führt. Die geringe Erfolgsquote führt dazu, dass man entmutigt wird und denkt, die Ermittlungen werden zu nichts führen. Deshalb habe ich beschlossen, den Fall selbst zu übernehmen. Zwei Tage später wurde eine weitere Leiche entdeckt. Dieses Mal in Portland, Oregon. Sein Name war Michael Clydes. Das Opfer war männlich und Trainrider. Als ich hörte, dass auch ihm der Schädel eingeschlagen wurde, dachte ich, oh mein Gott, vielleicht haben wir es mit einem Serienmörder zu tun. Und rief sofort Mike an. Da wurde mir klar, wenn das wirklich ein Serienmörder ist, der ständig unterwegs ist, so wie es den Anschein hat, wie schwierig wird es dann sein, welchen immensen Aufwand wird es erfordern, alle Polizeidienststellen des Landes zu koordinieren, um diese Person zu finden. Silvaras Leichen säumten die Bahnstrecke von Kalifornien bis nach Florida. Die Ermittler mussten sich auf ihrer Suche nach dem Mörder in die gefährliche Welt der Trainrider begeben. Bei meinem ersten Mal bin ich fast umgekommen. Als der Zug Geschwindigkeit aufnahm, fingen die Planken an zu vibrieren wie ein Sprungbrett. Wir flogen in die Luft und hatten nur diesen Eisengriff zum Festhalten. Unter uns sahen wir die Schienen und wurden schneller und schneller. Ich dachte nur, ich hätte nie auf diesen Zug aufspringen sollen. Wenn ich jetzt abrutsche, bin ich tot. Vom Zug zu fallen war die größte Angst der damaligen Trainrider. Mit einem Mörder wie Silvara rechnete damals niemand. Ursprünglich war ein Hobo jemand, der die Züge nutzte, um von einem Job zum nächsten zu kommen. Nach dem Bürgerkrieg waren eine Menge Männer auf der Suche nach Arbeit oder versuchten einfach zu überleben. Viele von ihnen arbeiteten auf dem Feld und einige hatten ihre eigene Hacke, also Ho, dabei. Hobo ist demnach eine Abkürzung von Ho Boy, Hackenjunge. Hobo ist thought to be a contraction of the word Ho Boy. Gitta Whitey und Juju Johnson fuhren schon auf den Schienen, da war Robert Silvara noch nicht einmal geboren. Damals, als es noch gar nicht mal so übel war, ein Hobo zu sein, als ein Hobo noch weit fahren musste, um Arbeit zu finden. Während dieser Tage und Nächte konnte ein Hobo seine Fahrt genießen, ohne irgendetwas zu befürchten. Die Behörden, die auf der Suche nach dem Boxcar-Killer waren, mussten bald feststellen, dass die heutige Welt eines Hobos eine andere geworden ist. Damals waren die Landstreicher und Hobos froh, wenn sie eine Decke hatten. Die Nächte auf dem Zug waren oft eiskalt. Vielen sind auf den eisigen Bergstrecken die Füße erfroren, wenn sie nichts Warmes dabei hatten. Manche wärmten sich auch mit ein paar Flaschen billigem Wein. Sie haben ihr Haus sozusagen auf dem Rücken oder tragen es am Gürtel. Sie haben Teller, Töpfe und Pfannen dabei. Oft auch eine Leiter, eine Laterne oder einen Schlafsack. Sie haben Dinge, die sie bei schlechtem Wetter wärmen oder trocken halten. Moffett jagte einen Mörder, der andere Trainrider um alles erleichtern wollte, was sie besaßen. Er wollte sich immer verbessern. Er brachte jemanden um, weil er einen besseren Rucksack als er hatte, der ihm das Tragen erleichterte. Wenn seine Schuhe kaputt waren, tötete er jemanden, der neue Schuhe in seiner Größe anhatte. Der Boxcar-Killer reiste mit einer neuen Generation von Surfern. Sie suchten keinen Job, sondern den Nervenkitzel. So hatte er leichte Beute. Die Leute, die heutzutage mitfahren, nenne ich Freizeitrider. Es sind meist gut situierte junge Kerle, die da draußen den Kicks suchen und die dieses Abenteuer einfach mal ausprobieren wollen. Wochenendrider mit Handy, Kreditkarte und Hightech-Ausrüstung teilen sich die Schienen mit Aussteigern und Hobos vom alten Schlag. Darunter gibt es auch Typen, die den Hobos auflauern. Sie werden Streamline-Jackroller genannt. Früher haben sie dich noch mit einem Messer bedroht und dir dein Geld abgenommen. Heute sind sie weniger zimperlich. Sie bringen dich um, ohne mit der Wimper zu zucken. Die heutigen Trainrider begeben sich wegen Menschen wie Silvera in große Gefahr. Ein Mörder ist das gefährlichste Raubtier auf den Schienen. Robert Silvera wuchs Anfang der 70er Jahre in Silicon Valley auf. Das war noch vor dem Technologie-Boom, noch bevor das Internet die Welt beherrschte. Er wohnte in Sunnyvale, in einer ruhigen Sackgasse. Seine Kindheit verlief unauffällig. In San Jose ging er immer in die Gegend, wo die Tattoo-Shops waren. Da ging er ziemlich oft hin. Aber sie haben ihn weggejagt, weil er noch so jung war. Sie haben ihm immer wieder gesagt, verschwinde, hänge nicht rum. Aber er kam immer wieder und irgendwann haben sie ihn gelassen. Er hat dann auch mit Tätowieren angefangen und war echt gut darin. Er hatte eine künstlerische Ader in sich. Silveras Onkel Lloyd Chapin hat den Kontakt zu ihm nie abgebrochen. Er hat die Gefängniskunst seines Neffen gesammelt und erinnert sich, wie Silvera seinen Körper wie eine Leinwand bemalte. Das hier ist auch von ihm. Aber als er das Tattoo gemacht hat, als er das Profil in die Reifen gestochen hat, hat er einen Nerv getroffen und ich bin jedes Mal zusammengezuckt und aufgewacht. Bei jedem Aufwachen sah ich es mir an und dachte, Junge, sieht nicht schlecht aus, das verdammte Motorrad. Er hat es nur leider an die falsche Stelle gesetzt. Wenn ich den Arm nach rechts beuge, geht der Reifen nach rechts. Und wenn ich so mache, nach links. Als er noch in San Jose lebte, kam er im Sommer immer für ein oder zwei Wochen nach Stony Lake. Er war ein guter Junge. Ich kann nicht glauben, was aus ihm geworden ist. Besonders, weil er immer so träge war. Er war der Typ Mensch, den man sich als Nachbarn wünscht. Nach außen hin ein Jedermann. Nett und höflich. Silveira geriet einige Male mit dem Gesetz in Konflikt. Als Teenager hatte er ein Motorrad gestohlen und kam in eine Jugendstrafanstalt. Er schrieb mir damals und sagte in dem Brief, eines Tages werde ich ein Buch schreiben, in dem ich mit allem aufräumen werde. Die Leute werden für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Und das trug er noch lange mit sich herum. Mit 18 wurde er erneut wegen Motorraddiebstahls verhaftet. Dieses Mal wurde er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er machte dann noch ein paar Einbrüche, Autodiebstähle und so. Dann heiratete er und arbeitete auf dem Flugplatz in der Nähe von Quincy. Soweit ich weiß, war er zu der Zeit schon heroinabhängig. Und hat, um seine Sucht zu finanzieren, eine Menge Geld unterschlagen. Er erzählte, dass er in Schwierigkeiten war, weil er Dinge von dem Flugplatz gestohlen hatte, an dem er arbeitete. Er sprach auch darüber, dass er Visionen hatte, in denen er seine Frau tötete. Sie hatten eine kleine Tochter und lebten in Quincy, Kalifornien. Er sagte, dass er Angst davor hatte, eines Tages auszurasten und seine Vision in die Tat umzusetzen. Das war einer der Gründe, warum er wegging. Silveira läuft vor seinen Problemen davon, lässt seine Frau und das Baby in Quincy zurück und reist nach Stockton in Kalifornien. Silveira mag sich für Stockton entschieden haben, weil er dort einen Verwandten hatte, der bereit war, ihn aufzunehmen. Aber Stockton bot ihm noch einen weiteren Vorteil. Die dortige Polizei war völlig überlastet. Sie hatte keine Zeit, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Die Polizei musste Brände löschen, Schießereien, Bandenkriege und Morde aufklären. In Stockton entschloss sich Silveira, lieber draußen zu campen, als bei seinem Onkel zu wohnen. Hier hat er gecampt. Er kam hier hoch und ging dann dort entlang, nahm den Bus in die Stadt und kaufte Heroin und was er sonst noch so brauchte. Dann kam er wieder zurück, um hier zu übernachten. Er hatte sich an dieses Leben gewöhnt, aber eines Tages sprang er auf den Zug und weg war er. Die meisten Menschen waren noch nie auf den großen Güterbahnhöfen, wo die Frachten verladen werden. Diese Bahnhöfe sind Dreh- und Angelpunkt für alle Trainrider. Für fast ein Jahrzehnt waren sie Robert Silveiras Welt. Bevor ich mich mit diesem Fall beschäftigte, hatte ich keine Ahnung von dieser Welt. Er hat mir die Augen für eine Subkultur in diesem Land geöffnet, von der ich sonst nie etwas erfahren hätte. Bei dem Wort Hobo dachte ich an diese Filme aus den 30ern, wo ein paar Kerle mit kurzen Hosen, Stock und Halstuch ihre nackten Füße von den Güterwaggons baumeln ließen. Es war mir überhaupt nicht klar, dass es so etwas heute noch gibt. Quakenbush hatte ein neues kriminelles Terrain entdeckt und Robert Silveira, der Hobo-Mörder, war der König auf diesem Terrain. Die Rider von heute reisen normalerweise zu zweit, damit sie sich gegenseitig bewachen können. Man muss immer zu zweit sein. An dieser Stelle habe ich mich mal mit einem Hobo unterhalten. Danach drehte er sich um und hängte sich an einen Zug in Richtung Norden. Ich sprang dann auf einem Waggon mit einem Hobo namens Pittsburgh Buzz. Buzz hat mir dann erzählt, dass er nie mit einem Fremden fährt, weil ihm das Risiko zu groß sei, dass er überfallen oder ihm im schlimmsten Fall die Kehle durchschnitten würde. Er sagte, wenn du allein auf einem Wagen sitzt und jemand kommt und fragt, ob er sich zu dir setzen könne und du antwortest nein und er kommt trotzdem auf dich zu, dann nimm ein Stück Holz und schlag ihm so fest ins Gesicht, wie du kannst. So lauten die Regeln der Gleise. Mit den Regeln der Gleise ist nicht zu spaßen. Nach Polizeiangaben hat eine Bande von Trainriders, die Freight Trainriders of America, bekannt als FTRA, Hobos jahrelang ausgeraubt und umgebracht. Robert Silvera war einer von ihnen. Dies lässt sich auch an dieser Jacke ablesen. In der Mitte sieht man eine große Zeichnung, von der Robert sagt, dass sie von ihm sei. Sie zeigt einen deformierten Totenschädel, in dem eine Rose steckt. Das Motiv der Rose taucht in seinen anderen Zeichnungen nicht auf. Unterhalb des Schädels kann man Eisenbahnschienen erkennen. Und bei genauer Betrachtung erkennt man darin verwoben die Initialen seiner Gang. Der FTRA. Robert hat erzählt, dass er einer der Vollstrecker war. Wenn die Gang jemanden bestrafen wollte, was normalerweise so aussah, dass irgendjemand brutal verprügelt werden musste, dann war das Roberts Aufgabe, oder die eines anderen Vollstreckers der FTRA. Sie gingen los und erledigten die Sache. Nach Aussage von Silvera ist das Leben der FTRA alles andere als glamourös. Er erzählte den Kripo-Beamten von einem Camp in Mount Harrah, Montana, wo dieses Polizeivideo aufgenommen wurde. Hier das Schild aus der Nähe. Die Polizei hat jeden Quadratmeter von Silveras Unterschlupf durchsucht. Wer weiß, wie lange das Schild hier schon steht und was hier vor sich ging. Vor dem Verschlag liegen ein Haufen Sachen rum. Hier ist ein Schlafsack. Das sieht aus wie ein Laken und hier ist noch eine braune Lederaktentasche und verschiedene andere Dinge. Ich gehe jetzt weiter und hier ist der Eingang in das Versteck. Man sieht, dass das Dach kaputt ist und mit blauer Planer abgedeckt wurde. Da ist noch was Grünes, was vielleicht ein Schlafsack sein könnte. Wer dort wohnt, muss nicht bis 11 Uhr ausgecheckt haben. Und dann kommt das Zimmermädchen, räumt die Äste beiseite und fegt die Blätter und den Dreck weg. Silvera musste schmerzhaft erfahren, dass das Leben in einem FTRA-Camp mehr als nur Armut bedeutete. Sein Onkel Lloyd Chapin sagte, in einem der Camps hätten sie Silvera fast getötet. Drei Typen kamen auf ihn zu, wollten ihn ausrauben, in den Schädel einschlagen. Seine Nase und sein Kopf waren voll offener Wunden. Sie hätten ihn fast getötet. Der einzige Grund, warum sie es nicht getan haben, war, dass sie ungefähr 300 Dollar bei ihm fanden. Sie nahmen das Geld und verschwanden, anstatt weiterzumachen. Sie hatten das, was sie wollten und hauten ab. Er versuchte dann von Kumpels zu erfahren, ob sie die drei kannten und man sagte ihm ja. Aber leg dich nicht mit ihnen an. Sie sind von der FTRA. Sie mögen die Polizei nicht und die Polizei mag sie nicht. Daran hat sich nie etwas geändert. Sie führen eine Art heimlichen, verdeckten Krieg. Ich höre immer wieder, dass die da draußen Menschen zusammenschlagen, umbringen oder bestehlen. Sie sind wie die Platzhirsche in der Welt der Trainrider. Er setzte alles daran, diese Typen ausfindig zu machen und es ihnen heimzuzahlen. Und genau das hat er getan. Er sagte, wenn er in einem Hobocamp oder in einem Bahnwaggon Typen sehen würde, die den drei, die er suchte, auch nur annähernd ähnlich wären, würde er den richtigen Moment abwarten und sich jeden einzeln vornehmen. Silveira hat nicht lange gezögert. 1993 wurde er Teil des Hafenkerns der Trainrider und Mitglied in der Gang. Innerhalb der FTRA gibt es drei Fraktionen. Die mit dem schwarzen, die mit dem roten und die mit dem blauen Tuch. Ich glaube, die mit dem schwarzen Tuch hatten nur für den Schutz der FTRA zu sorgen. Die mit den roten und die mit den blauen Tüchern dagegen gehörten zu den Verstreckern und die roten waren die, die die Morde ausführten. So hat er es mir zumindest erklärt. Soweit ich weiß, fuhr er die Strecke oben im Norden durch Montana und Oregon. Er hatte alles dabei, was er brauchte. Er hat mir erzählt, dass er in die Frachtwaggons eingebrochen ist, in denen Alkohol, Videorekorder und ähnliches drin war, was man später gut versetzen konnte. Die Waren haben sie sich später mit Geld oder Drogen bezahlen lassen. Immer noch heroinabhängig und mittlerweile Gangmitglied der gefürchteten FTRA wurde Silvera vom gewalttätigen Herumtreiber zum mehrfachen Mörder. Ich lernte Robert Silvera in den Brooklyn Yards in Portland, Oregon kennen. Es war mitten in der Nacht. Über 50 Jahre lang hat Bob Simmons seine Songs während der endlosen Fahrten auf den Güterwaggons geschrieben und gesungen. Daher wurde sein zweiter Name Gitta Whitey. Heute lebt er in San Luis Obispo in Kalifornien. Choo Choo Johnson und ich erwischten einen Zug außerhalb von Dunsmail, Kalifornien. Und wir dachten, wir wären die einzigen auf dem Zug. Wir sind sehr vorsichtig aufgesprungen, als er durch den Bahnhof rollte. Dabei haben wir niemanden gesehen. Sie fuhren nach Norden ohne zu ahnen, dass nur sechs Wagen weiter ein Mörder saß. Silvera war damals unter dem falschen Namen Paul Dykeman unterwegs. Ohne unser Wissen saß etwa sechs Waggons weiter ein anderer Rider. Wir gingen dorthin, wo er war, und unterhielten uns mit ihm. Es war wirklich nett, mit ihm zu reden. Wir fragten ihn, wo er aufgesprungen sei, und er antwortete, mitten in L.A. Er war halt so seit 24 Stunden auf diesem Zug. Er bot uns Kaffee an, was eine ziemlich ungewöhnliche Sache war, um zwei Uhr nachts auf einem Zug. Aber er war gut ausgerüstet. Er hatte einen Gasbeiner, einen Topf und Tassen dabei, und wir tranken mitten im Nirgendwo eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Er konnte die Menschen an der Nase herumführen und sie alles mögliche Glauben machen. Sein Name auf den Schienen war Sidewack. Auf Graffitis schrieb er immer seinen Namen Sidewack und malte ein kleines Spinnennetz darunter. Dazu malte er noch die Schienen und weiter oben ein kleines Zeichen mit einem X und die Buchstaben RR für Railroad. So sahen all seine Graffitis aus. Er war sehr charmant und hatte eine einnehmende Art. Geduldig, höflich und intelligent. Wie er mir gesagt hat, war das seine Methode, um an die Leute ranzukommen. Er gewann ihr Vertrauen, indem er übertrieben freundlich war. Wenn er Geld hatte, ging er los, um für alle Bier zu holen. Dann passte er einen günstigen Moment ab und griff sie an. Wightie und Chuchu hatten keine Ahnung, dass sie gerade mit dem Boxcar-Killer Kaffee tranken. Silvera war anders als die FTRA-Mitglieder, von denen sie gelesen hatten. Er war so offen, freundlich und hilfsbereit. Wahrscheinlich wollte er immer so sein, bis er plötzlich von dem anderen Teil seiner Persönlichkeit überwältigt wurde. Als hätte ein Dämon von ihm Besitz ergriffen. Silveras Onkel Lloyd sagte, dass ihm sein Neffe einmal selbst schilderte, wie er von einem Moment zum anderen einen Wutausbruch hatte. Wenn er während so eines Ausbruchs jemanden tötete, konnte er kurz darauf sehen und ruhig die Bibel lesen. Er saß da, las in der Bibel und war ganz entspannt. Alles war wieder gut. Ich fragte ihn, ob ich ein Foto von ihm und Wightie machen könnte und er sagte, gerne. Samstag, 12. August 1995. Wir verlassen den Bahnhof in Brooklyn, Portland und treffen Paul Sidewreck Dykeman, der ein paar Wagen vor uns mitfuhr. Er ist ein harmloses Mitglied der gefürchteten FTRA. Es ist zehn nach zwei Uhr morgens. Er kannte alle Mitglieder der FTRA, nach denen ich ihn gefragt habe, mit Namen. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass er in der FTRA war. In seinem Rucksack, den man im Vordergrund sieht, erkennt man den Stiel eines Hammers, den er dabei hatte. Damit er griffiger war, hatte er ihn mit Klebeband umwickelt. Am Anfang dachte ich, es sei gut, dass er etwas zur Selbstverteidigung dabei hatte. Ein paar Monate später begriff ich, dass das seine Mordwaffe war. Das Gefährliche war, dass wir da draußen auf uns alleine gestellt waren. Es war drei oder vier Uhr morgens und es gab weit und breit niemanden, der uns hätte helfen können. Er hätte ein leichtes Spiel mit uns gehabt. Später ist mir erst klar geworden, welch ein ungeheures Glück ich hatte, unversehrt davon gekommen zu sein. Nach diesem Erlebnis habe ich beschlossen, mit dem Trainriding aufzuhören. Whitey und Chuchu hatten Glück. Nach Silveras Aussage haben 28 andere eine Begegnung mit ihm nicht überlebt. Bis heute sind die Behörden damit beschäftigt, die Hintergründe dieser schrecklichen Morde aufzudecken. Silvera fuhr kreuz und quer durch Amerika. Sein Körper war mit Tattoos verziert, die viel von ihm preisgaben. Doch um diese Zeichen zu erkennen, musste man ihm nahe kommen. Und genau das endete leider oft tödlich. Diese Erfahrung machte William Pettit Jr. am 3. Dezember 1995, als er einen Wagen mit Silvera teilte. Wie auch zwei Tage später Michael Kleitz. Bei einem Streit wurde sein Schädel von einem Mann namens Sidetrack zerschmettert. Moffett und Quakenbush hatten ein Problem. Sie suchten einen Mann mit vielen Identitäten. Er hatte den Gangnamen Sidetrack, den Familiennamen Robert Silvera und benutzte noch viele andere Namen. Indem er seinen Opfern die Sozialversicherungsausweise stahl, kam er unter ihrem Namen an Lebensmittelmarken. Diesen Sozialversicherungsausweis haben wir in seinem Rucksack gefunden. Er gehörte Charles Randall Boyd. Mr. Boyd war das Mordopfer aus Kansas. Mit seinem Ausweis hat er sich Lebensmittelmarken abgeholt. Hier haben wir einen kleinen Engel. Diesen Anhänger hat er irgendwann unterwegs an sich genommen und wir gehen davon aus, dass er von einem seiner Opfer stammt. Wir haben auf dieser Karte die Orte eingezeichnet, wo Robert Silvera oder eines seiner Opfer Lebensmittelmarken eingelöst haben. Im nächsten Schritt haben wir die Fundorte der Leichen markiert und versucht, alles in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Mike begann damit, die Puzzleteile zusammenzufügen. Es war eine Menge Arbeit, all den einzelnen Spuren nachzugehen, aber er wollte nicht lockerlassen. Er schickte allen Polizeidienststellen des Landes und Polizeistationen der Güterbahnhöfe ein Fernschreiben, das über die beiden Morde informierte. Und damit hat er einen Treffer gelandet. Krakenbusch findet einen Zeugen, der behauptet, eines der Opfer Michael Clydes zu kennen. Er vermutet, dass der Boxcar-Killer ein Mann mit dem Namen Sightrack sein könnte. Alles, was er wusste, war, dass sein Name Sightrack war. Aber er konnte mir eine ungefähre Personenbeschreibung geben und erzählte mir, dass Sightrack mit seinem Opfer Clydes verschwunden sei. Das muss nur ein paar Stunden vor Clydes Ermordung gewesen sein. Alles, was ich hatte, war ein Zeuge, der wenige Stunden vor der Tat mit dem Mordopfer zusammen war. Und jetzt sollte ich diesen Sightrack finden, von dem ich nur wusste, dass der Trainrider weiß und männlich ist. Viel Glück dabei. Während ihm Quakenbusch und Muffet auf den Fersen sind, fährt Silvera durch den pazifischen Nordwesten, fröhnt seiner Drogensucht und lebt von der Beute seiner Opfer. Er sagte, er sah sie sich genau an und wenn sie irgendwas dabei oder an hatten, neue Schuhe, einen neuen Rucksack oder ein Fahrrad, wenn sie also irgendwas hatten, was er nicht hatte, und wenn es nur ein Handy war, wartete er einen günstigen Augenblick ab. Er wickelte sie ein, plauderte mit ihnen, kaufte ihnen Schnaps und sie setzten sich zu ihm, tranken und wenn niemand damit rechnete, schlug er zu. Ich fragte ihn, wie kannst du nur so etwas tun? Und er sagte, nur das erste Mal ist schwer. Danach geht das ganz einfach. Quakenbusch kommt ihm immer näher. Die Polizei von Salt Lake City hat Hinweise auf einen anderen Hobo-Mörder mit dem Namen Robert Silvera. Plötzlich spielte Roseville in Kalifornien für die Ermittlungen eine wichtige Rolle. Roseville hat einen der größten Rangierbahnhöfe westlich des Mississippi. Und das bedeutet, dass die Trainrider, die entlang der Westküste fahren, zwangsläufig diesen Bahnhof passieren müssen. Das ist fast unvermeidlich. Also habe ich jede Woche dort angerufen und die Leute immer wieder daran erinnert, nach wem wir suchen. Sidetrack und Robert Silvera stehen noch nicht offiziell als Mordverdächtige, jedoch zum Verhör auf der Fahndungsliste. Dann gibt es erneut einen glücklichen Zufall. An einem Samstag rief mich meine Abteilung an. Sie sagten, sie hätten die Polizei aus Roseville am Apparat. Und die hätten Robert Silvera geschnappt. Quakenbusch eilte sofort nach Roseville. Er hatte einen Plan und einen Verdacht. Weil er ein Trainrider war, war meine erste Frage an ihn, wie lautet dein Spitzname? Und er antwortete, Sidetrack. Als ich das hörte, wusste ich, dass Sidetrack und Silvera die gleiche Person waren. Und in diesem Moment war mir klar, dass ich den Mörder hatte. Ich will nicht darüber nachdenken, wie und warum ich es getan habe. Während Silvera weiter fortfuhr, wurde den Ermittlern allmählich das Ausmaß dieser Mordserie bewusst. Silvera wusste Einzelheiten, die nur der Mörder wissen konnte. Als er den Mord in Florida gestand, hat er uns genau erzählt, wie er die Gürtelschnalle des Opfers abtrennen musste, um an die Brieftasche zu kommen, die daran festgekettet war. Und tatsächlich, die Gürtelschnalle des Opfers wurde abgetrennt. Nur der Mörder konnte so etwas wissen. Solche Details sind nie an die Öffentlichkeit gekommen. Silvera erzählte der Polizei in Kalifornien und Oregon über sieben Tage lang von der unbekannten Welt der Trainrider und einer todbringenden Gang, die diese Welt heimlich beherrscht. Die FTRA. Wofür stehen diese Buchstaben? Sie stehen für Freight Train Rider of America. Wer hatte die Idee dazu? Wie hat das alles angefangen? Vor vielen Jahren haben ein paar Vietnam-Veteranen, die gingen ins Leben gerufen. Mit ihnen hat er sich angeblich herumgetrieben. Ihre Jacken waren ihr Erkennungszeichen. So wie Mitglieder vom Motorradgangs die gleichen Aufnäher tragen. Silvera erzählte Quäkenbusch, dass er viele Jahre auf den Zügen unterwegs war und er beschrieb die Aufnahmepartys, die die FTRA für neue Mitglieder schmiss. Wie weiß man denn, dass man aufgenommen wurde? Kommt dann jemand, schüttet dir die Hand und sagt, du bist jetzt Mitglied? Oder muss man was dafür tun? Wie funktioniert das? Man muss richtig gut abfeiern und man muss es sich verdienen. Rückgrat zeigen. Man muss Respekt zeigen und dann bekommt man ein Abzeichen und ein schwarzes Tuch. Man muss also ziemlich auf den Putz hauen können. Allerdings. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Wir machen Party und einer der Brüder, normalerweise einer der Älteren, fragt dich, ob du ein Mitglied werden willst. Wenn du Potenzial hast, das heißt, wenn du alles mit ihnen geteilt hast, wenn du Leuten, die du nicht mal kennst, Essen gegeben hast. Und wenn sie sicher sind, dass du einer von ihnen sein willst, dann gehen sie los, holen eine Flasche Thunderbird oder Jack Daniels und begießen deine Aufnahme in der Gang. Und wie viel muss man dann trinken? Bis man völlig blau ist? Klar, bis man total blau ist. Meistens ist es ein Wettrinken. Wahrscheinlich mit einem der härtesten Mistkerle. Nein. Manchmal ist der schwächste Mistkerl so stark wie der härteste von ihnen. Es wird also getestet, wie trinkfest man ist. Genau. Was passiert, wenn man unter den Tisch getrunken wurde? Wird man da nicht aufgenommen? Dann bekommt man die heftigste Tracht Prügel seines Lebens. Der Killer und der Cop unterhielten sich Tag ein Tag aus. Je mehr Zeit verging, umso mehr öffnete sich Silveira. Alle Einzelheiten seines Lebensweges, vom Kleinstadtjungen zum Serienmörder, zeichnete Quakenbush auf Band auf. Und er trieb Silveira an, immer mehr von sich preiszugeben. Es erinnerte mich an diese Berichte im Fernsehen, in denen Reporter bei den Nachbarn eines Serienkillers klingeln und sie befragen. Und dann sagen alle, oh, er war so ein netter junger Mann, hat immer gegrüßt. Genauso war Robert Silveira. Es ist die wahrgewordene Horrorgeschichte eines Mannes, der sein sicheres Leben gegen eine Fahrkarte in die gefährliche Welt der Güterzüge eintauschte. Was die Ermittler am stärksten verblüffte, war die Ruhe, mit der Silveira seine Morde beschrieb. Was haben Sie dann als nächstes getan? Ich hab ein Rohr aufgehoben und bin rübergegangen. Erzählen Sie weiter. Ich legte meine Hand auf sein Gesicht und fragte, geht's dir gut? Willst du wissen, was echt verrückt ist? Ich weiß noch, dass über seinem Kopf sein Stoff war, riss das Päckchen von seinem Rucksack, rieb es ihm ins Gesicht und sagte, Willst du verdammt nochmal wissen, was total verrückt ist? Dann hab ich gesehen, dass sich sein Auge bewegt hat und ich sagte, oh, du bist ja noch wach. Ich redete mit ihm und dann schlug ich zu. Und als ich auf das Rohr sah, war es voller Blut und Hautreste. Im Laufe seiner Geständnisse erzählte Silveira aus seiner Kindheit. Er berichtete von einem trinkenden Vater, der ihn beschimpfte und seine Mutter schlug. Eines Tages kam er aus der Schule zurück und sein Vater war draußen und schlachtete seine Kaninchen. Er hackte ihnen den Kopf an. Zum Abendessen gab es dann angeblich Hähnchen und er wollte es nicht essen, weil er wusste, dass es die Kaninchen waren, die sein Vater getötet hatte. Später hat er dann im Mülleimer die abgeschlagenen Kaninchenköpfe gefunden. Es war schrecklich für ihn, dass sein Vater ihm das angetan hatte. Sein Vater luchte ihn an und sagte, nein, ich habe sie nicht getötet, aber die Kaninchen blieben für immer verschwunden. In seinen Gesprächen mit Mike Quakenbush übernimmt Silveira die Verantwortung für seine Taten. Aber zu den Motiven kann er sich nicht äußern. Daher will Quakenbush noch mehr über seine Kindheit und die Beziehung zu seinem Vater erfahren. Wurde er wütend, wenn er getrunken hatte? Ja, als ich klein war, hat er seinen Ärger an mir ausgelassen. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Mein Vater hat mich immer nur ausgelacht. Haha, je größer du wirst, umso mehr wirst du zum Waschlappen. Ich sagte zu mir, eines Tages bringe ich ihn um. Auch dafür, dass er meine Mutter geschlagen hat. Du bist ein Waschlappen. Diese Worte hatte der leise sprechende, höfliche Silveira immer in seinem Ohr. Das hier ist ziemlich einzigartig. Robert sagte, es sei sein Arzneibeutel. Es ist ein kleines Ledersäckchen mit einem Schädel, der wie ein Kuh- oder Rinderschädel aussieht. Es hat ein Lederband, damit er es wie eine Kette um den Hals tragen konnte. Daran befestigt sind noch einige kleine Anhänger. Aber was diesen Beutel so besonders macht, ist, dass Silveira, nachdem er jemand getötet hatte, immer etwas, natürlich etwas Kleines, von seinem Opfer mitnahm und es in diesen Beutel tat. Er glaubte, dass durch diese Trophäe die Kraft seines Opfers auf ihn überging und er dadurch stärker und unbesiegbarer werden würde. Die beiden Männer saßen sich mehr als 20 Stunden gegenüber. Quakenbush war der Erste, der Silveiras erschreckende Geschichte hörte und aufzeichnete. Er sprach sehr persönlich und nannte mich beim Vornamen. Er sagte, ich habe da draußen einen Friedhof. Ich habe 28 Menschen ermordet. Er hat mir die genaue Zahl gesagt. Das war doch recht ungewöhnlich. Er sagte nicht, ich tötete 10 oder 15 oder 20. Er sagte, es waren 28. Er war einer der kaltblütigsten, gefühllosesten und brutalsten Mörder, die ich je gesehen hatte. Man braucht schon ein gewisses Maß an Niedertracht, um den Abzug einer Waffe zu ziehen und jemanden zu erschießen. Aber wie viel Böses muss man in sich tragen, um jemandem so lange den Schädel einzuschlagen, bis er möglicherweise daran stirbt? Angeklagt wird Robert Silveira. Seinen letzten Kampf kämpfte Robert Silveira um sein eigenes Leben. Er bekannte sich für nur vier Morde für schuldig, nicht für die 28, die er Quakenbush gestanden hatte. Silveira zeigte nur ein einziges Mal eine Reaktion vor Gericht. Und das war, um der Todesstrafe zu entkommen. Ich will nur sicher gehen, dass die Todesstrafe aufgehoben wird. Er wollte nur wissen, ob die Todesstrafe damit aufgehoben sei, und ich sagte ihm, dass dem so ist. Weil er sich schuldig bekannte, entging er dem Schicksal, das seine Opfer erleiden mussten. Seine Mordserie blieb fast ein Jahrzehnt unentdeckt. Und es ist nur der Arbeit von Quakenbush und Muffet zu verdanken, dass Silveira gestoppt werden konnte. Ich erinnere mich, dass mich später einmal jemand fragte, Diana, warum hast du dich nicht einfach zurückgelehnt, abgewartet und einen anderen Bundesstaat die Arbeit machen lassen? Ich weiß noch, wie ich mich bei diesen Worten gefühlt habe. Keiner kann sich vorstellen, was diese Arbeit bedeutet. Als ich den Fall abgeschlossen hatte, war ich unglaublich zufrieden, dass ich das Richtige getan hatte. Ich habe nicht die Hände in den Schoß gelegt und abgewartet, dass jemand anderes das tat, was getan werden musste. Silveira bekam einmal lebenslänglich in Oregon und einmal lebenslänglich in Kansas und Florida. Er wird das Gefängnis nie wieder verlassen. Wenn ich so da sitze und über alles nachdenke, kann ich nur sagen, ich war auch schon im Gefängnis und das Leben dort ist kein Leben. Man kann es nicht einmal so nennen. Ich frage mich also, was an Robby so vorgeht, wo er weiß, dass er mit zweimal lebenslänglich nie wieder eine Straße betreten wird. Es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals alles über Silveiras Morde erfahren werden. Bei elf der 28 Tötungsdelikten, die er gestanden hat, konnten die Akten nun geschlossen werden. Trotz all der Informationen, die Silveira der Polizei geliefert hat, konnte er nicht erklären, warum er gemordet hat. Die, die ihn kannten, tun sich schwer, die grausamen Morde mit diesem ruhigen Mann in Verbindung zu bringen. Er muss auch eine gute Ader in sich gehabt haben. Er hat ausgesagt, dass er, nachdem er diese Menschen teilweise mit bloßen Händen traktiert hatte, den leblosen Körper liegen ließ und auf einen anderen Zug sprang. Dort setzte er sich hin, las in der Bibel und versorgte seine schmerzenden Hände. Wenn er kräftig zuschlug, hat er sich oft selbst schwer verletzt. Für ein paar Stunden hatte er dann ein schlechtes Gewissen und las in seiner Taschenbibel. Silveira gab zu Protokoll, dass er genug vom Leben auf den Zügen hatte, schwer unter seinen Taten litt und dass er seine Wut auf den Schienen lassen wollte. Einmal weinte er sogar. Wir machen jetzt eine Pause, damit Sie sich wieder sammeln können. In Ordnung? War das nur gespielt? Schon gut, Sie sind hier niemandem was schuldig. Ist er ein Schwindler? Schonen Sie sich, okay? Wer ist Robert Silveira? Jetzt ist der Fall abgeschlossen und es steht fest, dass er, nachdem er zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde, nie wieder ein freier Mann sein wird. Als er in Handschellen aus dem Gerichtssaal abgeführt wurde, auf dem Weg in das Hochsicherheitsgefängnis von Oregon, drehte er sich zu mir um, sah mich an und sagte, vielen, vielen Dank, Miss Moffett. Er zeigte ein kleines Lächeln und es war kein böses Grinsen, um sich mit mir anzulegen. So ist Silveira einfach der höflichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Obwohl Robert Silveira nun seit 1996 in Oregon im Gefängnis sitzt, haben die Morde an Hobos nicht aufgehört. Über ein Dutzend Delikte konnten noch nicht aufgeklärt werden. Dennoch sind heute mehr Trainrider denn je auf den Schienen unterwegs, die der Fall Robert Silveira und die FTRA-Gang nicht abschrecken konnte. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.